Grüß Gott aus dem Münchner Olympiapark. Hinter uns, da ist der Olympiasee, der Olympiaturm, da ist der Flying Fox, da kann man vom Berg in die Fanzone fliegen, weil da, da ist die Fanzone. Und da wird, die ist schon geöffnet, da wird heute Abend um 18 Uhr auch das zweite deutsche Gruppenspiel gezeigt, Deutschland gegen Ungarn. Und hier, hier steht die Bank, die Hocktieher-Bank. Hier haben wir eben schon drei große Talente des deutschen Sports gehabt, die beiden U8-17 Fußball-Weltmeister, Max Schmidt und Konsti Heide. Und vom ERC Red Bull München, den Klausi Heigel, Nationalspieler schon. Wir setzen die zweite Runde fort und jetzt kommen wir zu den Machern, zu denen, die die Vereine prägen und auch dafür sorgen, dass der Nachwuchs irgendwann mal so gut wird, dass wir ihn auch in der Fanzone bejubeln können. Ich würde sagen, Hocktieher, Jochen Sauer. Servus. Hallo, hallo. Servus. Hallo, hallo. Du bist einer der Macher, also der Nachwuchsmacher sozusagen. Du hast einen schönen Titel mitgebracht, du bist der Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern. Genau. Das heißt, du leitest den Campus, du leitest die ganze Nachwuchsabteilung bei Bayern. Genau, leite, bin gesamtverantwortlich für den FC Bayern Campus in der Ingolstädter Straße im Norden Münchens, das unweit der Allianz Arena und bin da zuständig für unsere Jugendmannschaften von der U11 bis zur U19 mit etwa 200 Spielern, auch für unsere Frauenmannschaft und die Juniorinnenmannschaft. Und da geht es darum, natürlich unsere Spieler alle in Richtung Profibereich zu entwickeln. Möglichst viele Spieler zu finden, die dann den Sprung schaffen, so wie es ja beim FC Bayern große Tradition hat, dass man aus dem eigenen Nachwuchs die Spieler auch in der ersten Mannschaft in der Champions League sehen kann. Ähnlich ist es beim Eishockey, auch dort wird natürlich auf Regionalität gesetzt und für den Sprung aus der Regionalität in die große Liga des Eishockeys in die DL. Da steht unser zweiter Gast heute, das ist Lenz Funk vom ERC Red Bull München. Hock dir her, Lenz. Grüß dich. Lenz, du bist, so ist dein Titel, Managing Director Sports beim ERC Red Bull München. Was versteht man darunter? Was versteht man darunter? Also ich habe hier angefangen, dass ich mich im Profibereich um den Sport kümmere, um die Mannschaft. Und dann ist natürlich während der Saison dann mehr und mehr Nachwuchs dazugekommen. Und das geht natürlich erst richtig los jetzt zur neuen Saison. Aber den Nachwuchs machen wir erst seit dem 1.5. unter Red Bull. Wir sitzen hier im Olympiapark vor der Fanzone. Alles spricht über die Fußball-Europameisterschaft, über Fußball. Alles hat bis vor ein paar Wochen noch über den FC Bayern gesprochen. Wie erlebt man das so als Eishockey-Mensch? Eishockey und Fußball, wie ist so die Konkurrenzsituation? Ich würde es nicht sagen Konkurrenzsituation. Also es war immer schon so, seit ich denken kann, der Fußball ganz groß. Und es gab Phasen, wo Eishockey auch ein bisschen mehr in den Medien waren. Ich sage mal so um die 90er Jahre rum oder so war Eishockey relativ stark. Dann gab es ein paar schwere Jahre. Und jetzt ist Eishockey auch wieder durch die erfolgreiche Nationalmannschaft. Wir haben Silbermedaille Olympische Spiele und Silbermedaille Weltmeisterschaft gewonnen. Seitdem ist es wieder aufwärts gegangen mit Eishockey. Und es ist mehr wieder im Fokus. Aber natürlich, der Fußball ist natürlich der Sport in Deutschland fast weltweit, muss man sagen. Es gibt wenige Länder, wo Eishockey Nummer eins ist. Vielleicht Finnland und Kanada gibt es ein paar Länder. Aber sonst, klar, es ist keine Konkurrenz für uns. Aber ich schaue immer mal Fußball, wenn ich Zeit habe. Es interessiert mich oder so, aber Konkurrenz ist es nicht. War von Anfang an klar, dass du quasi zum Eishockey gehst? Ich meine, mit dir ist es natürlich familiär auch geprägt. Für mich war klar, dass ich Eishockey spielen möchte. Ich hatte Fußball, glaube ich, nicht so ein Talent. Das hat mich auch nie so interessiert. Aber so mein Vater und mein Bruder, die haben schon Fußball gespielt und hatten auch Talent. Mein Vater hat sogar großes Talent. Also der hat immer Anfragen gehabt von den großen Münchnern Klubs, auch schon ein junger Spieler. Der war sehr vielseitig als Sportler. Aber für mich war klar, ich spiele Eishockey. Und ich hatte auch nur den einen Willen und den unbedingt. Und das habe ich dann gemacht. Der war bei dir dann Fußball, oder? Ja, also grundsätzlich natürlich nicht auf dem Niveau Fußball gespielt, wie Lorenz hier Eishockey gespielt hat. Aber klar, auch immer Fußball gespielt. Immer Fußball-Fan gewesen auch. Und ja, fanatisch Fußball geguckt und gespielt. Und insofern natürlich dann auch im richtigen Bereich beruflich gelandet. Und wir haben ja gerade lange gesprochen mit dem Max Schmidt und dem Konsti Heide von Haching, dem Max Schmidt von euch, wie die Entwicklung ist, wenn man als Zehnjähriger mal auffällt, wenn man in Milbertshofen gespielt hat, wie der Max, wenn man dann plötzlich entdeckt wird. Und das ist ja dein Bereich. Du bist dafür zuständig, dass euch die besten Talente aus der Region zunächst mal, dass ihr die auf dem Schirm habt. Bei Max war es sogar, glaube ich, so. Den habt ihr dann über den Umweg wiedergefunden. Also wie organisiert man das? Wie wichtig ist dieser FC Bayern Campus? Wie wichtig ist ein organisierter Nachwuchsbetrieb, dass es nicht auf Zufälligkeiten befindet? Ja, also ich glaube, du hast es richtig gesagt. Das kommt schon ein bisschen auf Struktur und Organisation an. Wir haben natürlich eine Strategie und ein wichtiger Teil der Strategie ist einfach die Regionalität. Wir wollen einfach in München und im Umland von München sozusagen die besten, die talentiertesten Fußballer, jungen Fußballspieler entdecken. Und dann müssen wir uns darauf natürlich auch einstellen. Also sprich, wir haben über zehn Scouting-Mitarbeiter, die eigentlich die ganze Woche, vor allem natürlich am Wochenende, nichts anderes machen, als die ganzen Jugendspiele in München und Umgebung zu schauen. Und natürlich ist es nicht so einfach und man sucht manchmal auch so ein bisschen nach der Nadel im Heuhaufen. Aber ich glaube, wenn man eine Strategie hat, wenn man dran bleibt und weiß, wo man überall schauen muss, dann hat man schon gute Chancen, dann auch diese Bewegungstalente, darum geht es ja im jungen Alter, zu finden. Und dann ist die Aufgabe, dass wir sie weiterentwickeln und besser machen. Wie groß ist der Campus? Ab welchem Alter fängt es an und wie viele habt ihr insgesamt dort? Also unsere jüngste Mannschaft ist die U11-Mannschaft, also mit unseren Zehnjährigen. Wir haben natürlich auch Partnerschaften mit vielen Amateurclubs auch in München drumherum, wo wir natürlich so nebenbei auch die sechs, sieben, achtjährigen schon verfolgen. Aber bei uns so unter professionelleren Bedingungen geht es mit einer U11 los. Wir haben etwa 200 Spieler zwischen der U11 und dem 18. Lebensjahr, die am Campus täglich trainieren. Und davon haben wir nochmal 35, die am Campus auch wirklich leben, ihren Alltag gestalten. Das sind dann meistens Spieler, die so ein bisschen von weiter wegkommen aus dem Bundesgebiet, auch mal ein internationaler Spieler. Ja, und bei denen ist dann von morgens bis abends Campus. Die frühstücken da, die gehen in die Schule, die machen ihre Nachhilfen, die machen ihre Hausaufgabe, trainieren und gestalten dann auch abends ihre Freizeit. Das sind ja alles Heranwachsende. Wie wichtig ist es, dass sie auch andere Dinge machen? Wie sehr legt ihr darauf Wert, dass man nicht komplett sich nur dem Fußball verschreibt? Oder ist es so beim FC Bayern, das geht gar nicht anders, es ist nur der Fokus auf Fußball? Nein, also überhaupt nicht. Es ist bei uns auch ganz wichtig, dass wir eine Ausbildung haben, die auf mehreren Säulen sozusagen fußt. Es gibt den Fußball und natürlich wollen wir Fußballspieler ausbilden, aber die schulische Ausbildung, die berufliche Ausbildung, wenn die Jungs älter werden, aber auch eine Persönlichkeitsentwicklung, eine Charakterschulung gehört bei uns dazu. Und also es ist Grundvoraussetzung, vor allem für alle, die noch unter 18 sind, dass sie entweder zur Schule gehen oder eine Berufsausbildung dann machen mit 15, 16. Sonst darfst du bei Bayern im Nachwuchs nicht Fußball spielen. Es gibt auch Kooperationen mit Gymnasien, Sportgymnasien, Thüringengymnasien, aber am Campus gibt es auch eins, oder? Ja, genau. Wir mussten uns dann natürlich durch den Campus vor sieben Jahren ein bisschen neu orientieren, haben im Norden Münchens aber inzwischen sehr viele Partnerschulen gefunden. Also wenn man alle Spieler von uns nimmt, dann haben wir sogar fast 50 Schulen, mit denen wir sozusagen eng zusammenarbeiten müssen, weil sehr viele Spieler natürlich auf unterschiedlichen Schulen sind. Aber unsere Partnerschulen im Norden Münchens, das Gymnasium München Nord, Realschulen ist sehr gute. Ja, da versuchen wir natürlich diesen Spagat zwischen Schule, Lernen und Fußball optimal hinzubekommen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wie ist es beim Eishockey, quasi mit den schulischen Leistungen und dem Training und der Förderung? Beim Eishockey ist es so, hier in München haben wir ja kein Internat. Wir haben jetzt ab August drei volle Trainingsflächen in der Eishalle. Das ist schon mal ein riesiger Fortschritt. In Salzburg hat Red Buller Internat. Ganz klar, die Schule ist wichtig. Jeder soll schauen, dass er das vernünftig macht, seinen Abschluss schafft und so weiter. Es gibt auch manche, die machen eine Ausbildung. Also es ist im Endeffekt wie im Fußball, man verantwortlich für die jungen Leute. Man kann nicht davon ausgehen, dass jeder am Ende Profispieler wird und darf dann nicht das andere vernachlässigen. Man hat Verantwortung, dass man auch darauf schaut, dass die neben ihrem Sport auch noch alles vernünftig machen. Wenn ich jetzt als Mutter zum Beispiel fragen würde, und würdest du es mir empfehlen, dass mein Sohn quasi Profifußballer oder Profi Eishockey-Spieler wird? Ist das schon was, was man anstreben sollte? Kommt darauf an, wie alt er ist. Also wenn er ein Talent hat, dann kann er es versuchen. Aber so eine Entwicklung zum Eishockey-Spieler, wahrscheinlich zum Fußballer auch, das ist nicht irgendwie ein Sprint, den man schnell macht, sondern es ist ein Marathonlauf. Und dann weiß man nicht, wo man am Ende landet. Aber wenn ein Kind die Begeisterung hat für seinen Sport und das unbedingt will, dann soll er es meiner Meinung nach versuchen. Aber trotzdem ist andere nicht verlanglässig. Aber jetzt ist es in so einem harten Auslesesystem, was es doch wahrscheinlich geben wird, gibt es ja nicht Platz für alle. Und wenn man merkt, okay, der hat Talent gehabt, aber irgendwas fehlt jetzt doch, dann muss man ihn oder sie ja wahrscheinlich auch mal wieder wegschicken. Wie wird das betreut? Wie wird das nachbetreut? Was macht es auch mit den Heranwachsenden und den Kindern ja oft noch? Klar. Nein, natürlich. Es ist natürlich so, Lenz hat es gerade gesagt, es wird am Ende nicht jeder Profisportler. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, bei uns am Campus ist es auch so, wir haben insgesamt auch acht pädagogische Mitarbeiter, die sich natürlich auch um alles darum kümmern, dass die Jungs in einer guten Umgebung aufwachsen, dass sie auch als Person und als Persönlichkeit dazulernen. Und dazu gehört natürlich auch transparente und ehrliche Kommunikation. Also wir werden natürlich auch schon mit einem 12- und 13-Jährigen natürlich dann auch zusammen mit den Eltern auch eben diese Dinge immer wieder besprechen. Also nach jeder Saison wird besprochen, wo stehst du, wie geht es weiter, wie schwer ist es überhaupt, Profi zu werden. Und eben auch, um herauszufinden, ob diese unbedingte Wille, diese Motivation da ist. Aber wenn es dann eben vielleicht an einer gewissen Stufe dann auch nicht für den Anspruch des FC Bayern München reicht, dann versuchen wir natürlich auch Hilfestellung zu geben. Also auch bei den Jugendlichen versuchen wir immer, dass sie dem Sport treu bleiben, dass sie den Sport einfach weitermachen, wenn sie dafür Spaß haben. Und dann gibt es aber auch eben Möglichkeiten, dann vielleicht bei Unterhaching in einem anderen Fußballclub, aber auch bei unseren ganzen Partnerclubs dann doch Fußball zu spielen, möglicherweise nicht auf dem Level dann wirklich Bundesliga-Profi zu werden. Aber da haben wir eine Verantwortung und versuchen dann die Jungs und ihre Eltern eben sehr, sehr ehrlich und transparent auf dem Weg zu begleiten. Ist das bei euch ähnlich? Bei uns ist es ähnlich. Ich muss sagen, wenn ich Mannschaftssport mache als Kind, dann muss ich wahrscheinlich schneller lernen wie andere, die den normalen Schulweg und Ausbildungsweg gehen. Dann lerne ich früher, dass ich mich unterordnen muss, dass ich Rückschläge bekomme oder dass ich den Kader nicht schaffe oder in die Startmannschaft. Und bei uns ist es ähnlich. Da gibt es ganz viele, die das ganze Nachwuchsprogramm durchmachen, ist egal wo im Eishockey auf der Welt. Und dann, wenn der entscheidende Punkt ist, schaffe ich es oder nicht, dann merken sie halt, sie schaffen es nicht. Und es ist schön, wenn sie weiterspielen, wenn sie trotzdem ihre Schule gut gemacht haben und dann weitermachen. Aber ich glaube, das ist in diesen Sportarten einfach hart. Die träumen alle davon im Fußball, dass sie mal ein Ronaldo werden und die allerwenigsten schaffen es dann irgendwie an die Spitze. Aber das Wichtigste ist, dass die jungen Leute die Träume haben und in der Entwicklung merken es dann auch irgendwann Schritt für Schritt, dass es vielleicht nicht ganz reicht, dass andere mehr Talent haben, dass andere fitter sind und so weiter. Aber ich sage mal, es ist nicht so schlimm, wenn man dann mit 19 oder 20 so eine Niederlage einstecken muss, weil das lernt einem viel fürs Leben. Diese Struktur, die ihr da vorgebt in der Akademie auf dem Campus, du hast ja eher das Gegenteil erlebt. Das gab es ja damals nicht. Das muss ich kurz einmal erwähnen. Du bist, eine Legende kann man sagen, du bist aus Tölz, du bist lange in Tölz gespielt. Du bist über Landshut dann zur Düsseldorfer EG gekommen, bist zwei- oder dreimal Meister geworden, auch in der DL mit der DEG. Also das ist ja quasi, da gab es diese Struktur wahrscheinlich nicht. Wenn du das mal vergleichst, war es für dich leichter, schwieriger oder würdest du auch sagen, Ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Ich habe beim SC Reis Bayern, beim Dorfverein angefangen. Meine Klassenkameraden haben auch Eiseke gespielt. Wir haben immer, wenn es kalt war im Winter, den ganzen Nachmittag gespielt. Da hat nie einer gesagt, dass fünf oder sieben Stunden am Stück zu viel ist. Wir waren auf der Straße, wir haben gespielt. Im Sommer haben wir andere Sportarten gemacht. Was halt gerade ging, wir haben uns bewegt und wir haben ein Ziel gehabt. Und das war Schritt für Schritt. Dann bist du halt mit zwölf Jahren in der Bayern-Auswahl, dann bist du mit 15 in der deutschen U15-U16-Nationalmannschaft, dann Schritt für Schritt. Ich war mit 17 in der zweiten Liga und wusste dann mit 19, dass ich verschiedene Möglichkeiten habe in der ersten Liga. Und das war so Schritt für Schritt. Aber das Entscheidende war, wir hatten Spaß, wir wollten. Und wir haben relativ früh gelernt, was Team ist und wie wir miteinander umgehen. Und dass man sich durchsetzen muss. Und ja, viele Sachen, die für das Leben wichtig sind, haben wir gelernt, ohne dass wir im Internat waren. Aber trotzdem haben wir eine ähnliche Ausbildung gehabt in einem gesunden Umfeld. Jetzt habt ihr gerade schon, Jochen hat es erzählt, am Campus das Thema Regionalität, dass es so wichtig ist. Das ist in der Akademie ja wahrscheinlich ähnlich, dass man auch erstmal schaut, was gibt denn hier der hiesige Markt her. Und trotzdem ist das Thema Internationalität bei einem Konzern wie Red Bull ohnehin, aber ja auch beim FC Bayern in so einem europäischen, weltweiten Wettbewerb, Konkurrenzsituation natürlich auch ein wichtiges. Wie kriegt man diese beiden Komponenten, Regionalität, Schwerpunkt, aber Internationalität auch mit reinnehmen? Wie kriegt man das in einem guten Mix hin? Ja, es geht wirklich darum, den Mix zu finden. Und ich glaube, es geht am Ende darum, wirklich zu versuchen, in so einem Umfeld wie hier in München, in einer Umgebung, wo du vielleicht so aus einer Einwohnerzahl von zwei, zweieinhalb Millionen vielleicht deine Talente raussuchen musst. Da versuchst du natürlich einfach, das Beste zu machen. Und am Ende geht es in die Richtung. Die Profis, die wollen die Champions League gewinnen. Und da wirst du dann am Ende, sag ich mal, Schwierigkeiten haben, wenn du die elf Münchner findest, dass du auf dem Level spielst, weil dann einfach das Einzugsgebiet zu klein ist. Und dann geht es halt Schritt für Schritt. Wir haben in der U14 noch wahrscheinlich eine hundertprozentige, die Mannschaft besteht aus 100 Prozent Spielern aus München und dem Umland. In der U19 sind es dann noch 70 Prozent. Und am Ende musst du, um den letzten Level zu kriegen, musst du halt als Bayern München auch mal das Top-Talent aus Frankreich oder das Top-Talent aus den USA dazunehmen. Der Vorteil auch für die eigenen Spieler ist, sie werden dadurch natürlich auch besser, weil dieser Konkurrenzkampf, sich gegenseitig jeden Tag zu messen, auf dem höchsten Niveau diesen Spaß zu haben, Rückschläge zu erleiden, Widerstände zu überwinden, das gehört dazu. Und am Ende, klar, unser Anspruch ist natürlich, zu den Besten in Europa und der Welt zu gehören. Und da musst du natürlich dann versuchen, diesen Mix und diese Kompromisse auch einzugehen. Ist es bei euch halb Tölz, spielt Eishockey, aber nicht für ganz Tölz, ist Platz. Ja, okay, so ist es auch nicht mehr. Aber in München ist es schon so. Wir haben den Nachwuchs übernommen jetzt zu dieser Saison. Wir denken schon regional, wir möchten schon, dass Münchner hier spielen. Und über Jahre, wenn sich das entwickelt und das passt von der Situation aus, dann wird der eine oder andere Auswärtige auch kommen. Aber wir haben ja im Moment kein Internat. Die müssen ja fahren. Und die Frage ist halt, wenn einer eine Stunde zum Training fährt, eine Stunde zurück und von einem guten Club kommt, ob er nicht manchmal bei einem guten Club bleibt und die zwei Stunden Autofahrt lieber nochmal in einer halben Stunde extra Training investiert in einer Stunde. Und zum Internat muss ich sagen, es ist eine super Sache, Internat. Aber meine Erfahrung ist halt, dass nicht jedes Kind ein Internatkind ist. Es gibt Kinder, die kannst du nicht mit 14, 15 Internat, weiß ich nicht, wohlfühlen, weil die lieber zu Hause sind. Und wenn man dann Glück hat und hat einen guten Club, wo man dann ausgebildet wird, dann kann auch einer mal zu Hause bleiben bei seinem Club. Aber wenn einer natürlich unbedingt das Internat möchte und das Talent hat und so weiter, dann soll er es machen. Aber es passt nicht zu jedem Kind. Jetzt sind wir hier im Olympiapark. Da hinten irgendwo hinterm Berg, oder zeige mal, wo ist es? Da passiert ja gerade was ganz Großes, auch für das Eishockey. Genau. Der FC Bayern, da auch was da ist. Der SAP Garten. Das ist da hinten. Da wird der SAP Garten gerade gebaut. Der ist im August, September fertig. Das ist eine Wahnsinnssache für München, für den Eishockey-Standort. Es wird eine topmoderne Halle mit zusätzlich drei Trainingsflächen. Also wir freuen uns alle drauf. Technisch gibt es dann momentan nichts, was gleichwertig ist, was da alles für bestimmte Technologien verbaut werden. Und also die Stimmung war gut im alten Stadion und so weiter, aber es war natürlich nicht mehr zeitgemäß. Und wir freuen uns richtig, dass wir da jetzt in die richtige Richtung gehen und für diesen Standort die Halle haben, wo der Standort verdient. Und da kann man ja den Eishockey und Basketball, man wechselt den Boden aus? Genau, genau. Also da kann man den Boden über die Eisfläche drüber schieben praktisch oder drüber bauen, dass man dann Basketball spielen kann. Das hat man in anderen Multifunktionshallen auch mit einer anderen Technik teilweise. Da wird jetzt dann abgedeckte Isolierung und dann Aufbau drauf gemacht. Hier ist ein bisschen anders. Auf alle Fälle glaube ich, dass die innerhalb von zehn Stunden das Basketballfeld da drauf bauen. Und es wird so über die Nacht sein und am nächsten Tag wird es abgebaut und dann ist das Eis wieder da. Und was mit einem neuen Stadion, was mit einer neuen Halle passiert, was das für eine riesige Wirkung haben kann, das weiß der FC Bayern natürlich am besten mit der Lenz Arena, auch mit dem Campus. Seid ihr auch Eishockey-Fans? Geht ihr da auch manchmal dann schauen vielleicht bald? Ja doch, ganz sicher. Also es ist ja auch so, wie Lenz gerade gesagt hat, die Halle wird gebaut auch für unsere Basketballer von Bayern München. Natürlich freuen wir uns über jede Top-Arena und über jedes Top-Stadion und Top-Sport-Event. Und ich bin schon regelmäßig sowohl beim Basketball als auch beim Eishockey. Muss man auch sagen, wir haben auch bei uns am Campus vier Basketballspieler, die bei uns auch mit im Campus wohnen. Und auch für unsere Jungs ist das eine gute Geschichte, weil du in jeder Sportart auch Dinge dazulernst. Also Eishockey ist an der einen Stelle ein bisschen anders als Fußball und Basketball auch wieder. Und ich glaube, dass es auch sowohl uns im Management als auch den Jungs gut tut, auch mal von anderen Sportarten zu lernen. Und deswegen gehen wir auch mit unseren Mannschaften oft mal zum Basketball oder schauen uns andere Sportarten an. Es kann nie schaden. Die Eröffnung ist im September. Genau, es ist Ende September. Gibt es noch Chancen? Kann man überhaupt noch karten? Das Eröffnungsspiel ist ziemlich schwierig. Das ist ausverkauft. Und dann, wenn die Saison losgeht, da gibt es schon noch Kartner. Da ist aber auch nur das erste Spiel momentan im Vorverkauf. Also der Vorverkauf für die anderen Spiele, für die Einzelspiele, der startet später. Sehr schön. Es ist irgendwie nicht nur United by Football, sondern es ist United by Sports. Also dass man eben sowas verbindet einfach und zwar über verschiedene Sportarten hinweg. Viel los in München auf dem Campus, bald beim Eishockey, bald im SAP-Garten. Heute in der Fanzone. Fanzone hat es schon geöffnet. Heute 18 Uhr, das zweite Gruppenspiel. Deutschland gegen Ungarn. Wo schaut ihr? Ich schaue zu Hause oder maximal bei so einer kleinen Veranstaltung, wo Freunde von mir sind. Aber ich komme heute nicht hierher, großes Public-Führung, weil ich bin froh, wenn ich dann wieder rausfahre aus München und ein bisschen Ruhe habe. Aber ich schaue es mit Sicherheit an und habe noch nicht entschieden, wo. Ja, auch zu Hause mit ein paar Freunden zusammen. Und ja, da freuen wir uns schon auf das zweite Spiel und hoffen, dass es erfolgreich ist. Wie geht es aus? Ich glaube, wir gewinnen das Ganze. Mindestens 2-0. Wollte ich gerade auch sagen, aber Hauptsache wir gewinnen. Ja, okay. Und wir kommen nicht umhin. Wer wird Europameister? Ich habe es vorher schon mal gesagt, ich habe jetzt bis jetzt noch keinen Top-Favoriten gesehen für mich. Und solange das so ist, sage ich Deutschland. Ja, es ist wirklich schwierig. Ich sehe auch noch keine außergewöhnlich gute Mannschaft. Aber ich glaube, das erste Spiel von Spanien war schon relativ gut. Deswegen würde ich jetzt mal auf Spanien tippen. Was sagst du? Ich glaube schon Deutschland. Vielen Dank. Das war das zweite Hockte hier live, heute vom Olympiasee nahe der Fanzone. Die Fanzone hat geöffnet. Sie hat noch geöffnet ab 18 Uhr Deutschland gegen Ungarn. Es ist ein heißer Tag, ein brutal heißer Tag. Die Hust City freut sich auf einen großen Fußballnachmittag, auf ein großes Spiel. Achtet ein bisschen drauf. Ist die Fanzone geöffnet, kann man noch hin. Weicht vielleicht auch aus auf andere Gelegenheiten, wo man Fußball schauen kann. Schaut auf die Hitze, nehmt Sonnenhüte mit, Sonnenbrillen mit, vor allen Dingen Sonnencreme. Und dann freuen wir uns auf einen schönen, schönen Fußballtag. Vielen Dank euch. Dankeschön. Die Bank steht hier noch eine Weile, Hockte hierher. Und sie steht oben auf dem Berg am Theatron, auf dem Hügel am Theatron. Auch da ist eine Bank. Und es heißt weiter, Hockte hierher. Vielen Dank. Das war Hockte hierher live aus dem Olympiasee.